Wir befinden uns Nordöstlich des Todesbergs In Eldin, um genau zu sein Ne, ist schon Akala, Entschuldigung Schon Akala, inneres Akala Und hier an dem Totenkopfteich ist dieser wunderschöne Kampukieserschrei Dann wollen wir mal gucken, was uns da drin erwartet Ich hoffe natürlich auf Rätsel, ich liebe Rätselschreine Wobei ich gestehen muss, dass ich bisher sehr wenig hatte Die sehr schwer waren Perfekter Schlag Oh nein, wir haben Flashbacks Oh Gott, nein Okay Das sieht aus wie ein Ein Schwingpendel Ach, das resettet den Ball Okay Lass mich raten Jep, Schwingpendel Geronimo Oh 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 Ach, es bremst auch Ah, es bremst auch das Ding Ah, okay Damit es nicht sofort dagegen stößt Ah, es ist schlau Okay, ich war Weiß ich nicht, ob ich ein bisschen zu doll war Ich würde ein bisschen von dieser Richtung aus Tatsächlich schlagen Damit er nicht ganz so Ah, das sieht schon besser aus Oh, oh Oh Fuck Das Problem ist Wie ich den Wie ich den Hammer da drunnen dann befestigt habe What Vielleicht ist es doch einfach nur eine Frage der Geschwindigkeit und der Höhe Wenn man den Hammer fallen lässt Ich mach mal Also Das ist ganz hoch Mach mal so So Das reicht nicht Okay Goodie, goodie, gun grips Gut zu wissen Ich glaube, mein Ansatz war gar nicht so falsch Äh, ein bisschen Ein bisschen roll rüber Ja Ja, ruhig dagegen Ja Und jetzt nur wieder zurück Fuck Ne Okay Es ist tatsächlich genauso beschissen wie der damals Okay Aber Äh, wir schaffen das Wir schaffen das So Hier Oh Ne Doch Ja Ja Gar nicht so schlecht Ja 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 Oh Ja Oh Ah Leute, Leute Was, das Das war's? Oh no Nein Hier gibt's noch mehr Ah, da Der böse Raum nebenan Okay Verstehe Was ist hier? Nichts Okay Der böse Raum nebenan Oh, ein bewegendes Ziel Ah Sieht jetzt nicht so schwer aus Ehrlich bringen Vermutlich ist es hier eine Frage der richtigen Frage der richtigen, äh, Dosierung Das ist ja eine sehr interessantes Gebilde, was du da gebaut hast Was lassen wir mal eben So, wo war ich gerade ungefähr So, wo war ich gerade ungefähr Na gut Na gut Oder ich hatte jetzt einfach unverschämtes Glück Das kann natürlich auch sein Und das hier ist eigentlich voll schwer Melk dich, oh sonanium lanza Nein, nein, voll schwer Ne, dafür habe ich gerade keinen Platz mehr Und Oh, what Ach, come on Die Woche kann man den Nämlich noch Okay Okay Ja, schade Also eigentlich nicht schade Weil Wenn man unter meinen Videos Der schlimmste Schreiben ever, 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 ever sucht Dann findet man Den aus Birth of the Wild Wo man Die Scheiße richtig dosieren muss Damit man ins Ziel trifft Und Gott hat das gedauert Aber das hier war so ähnlich Aber natürlich nicht ganz so schwer Sonst hätte ich jetzt hier noch zwei Stunden gesessen What the fff Warum zum Fick bricht mein Stream immer ein Was soll das hier What the fffk, bro Ach, die wissen wahrscheinlich, dass mein Anbieter bald wechseln will Oh, null